Bad Segeberg – Es war eine Premiere. Am Freitag zeigten sich die drei neuen Gaststars der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg erstmals mit ihren Kostümen und hoch zu Ross in der Öffentlichkeit. Für zwei von ihnen ist es eine Art Heimspiel, für eine ist es eine Rückkehr. In der 71. Saison am Kalkberg wartet das Stück Winnetou 2, Ribene und Old Firehand auf die Zuschauer, das laut Chefin Ute Tienel eine ergreifende Liebesgeschichte bietet. Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin Sila Shahin, 38, kennt die Szenerie nur allzu gut. Bereits 2017 spielte sie bei den Karl-May-Spielen die Häuptlingstochter Lea Tetschina, die weiße Feder, in diesem Jahr schlüpft sie in das Kostüm der Ribene. Ich habe mir im tiefsten Herzen gewünscht, dass ich das noch einmal machen kann, zeigte sie sich überglücklich. Ein ähnliches Gefühl überkam Jan Hartmann, an dem schon mehrere Jahre lang erfolglos gebaggert worden war. Der mittlerweile 43 Jahre alte Schauspieler, ebenfalls unter anderem aus Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekannt, kam um die Ecke in Kaltenkirchen zur Welt und war schon als kleiner Junge oft am Kalkberg. In diesem Sommer spielt er Old Firehand. Ich weiß, dass wir eine Mega-Zeit haben werden, versprach er. Die Kollegen sind toll. Ich liebe sie jetzt schon. Hartmann, der mittlerweile in München lebt, freut sich auf einen unvergesslichen Sommer in seiner Heimat und die vielen glücklichen Zuschauer und leuchtenden Kinderaugen. Wie schon in den Vorjahren? Alexander Klafs spielt bei den Karl-Mai-Spielen den Winnetou. Zu guter Letzt betrat auch Nick Wilder, 71, die Bühne. Bislang war der auf Fehmarn geborene Schauspieler eher in sympathischen Rollen wie dem Traumschiff Dr. Dr. Wolf Sander oder als Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer auf dem Bildschirm zu sehen. Bei den Karl-Mai-Spielen spielt er den Schurken Emery Forster. Endlich! lautete sein Urteil. Als Kind habe er Karl-Mai unter der Bettdecke gelesen und sich jeher gewünscht, einmal dabei sein zu dürfen. Nun ist es endlich soweit. Es ist der größte Traum eines Schauspielers, mal einen charmanten Bösen zu spielen, freute er sich über seine Rolle, in der er sogar zur Mundharmonika greifen wird. Wie schon in den Vorjahren wird der ehemalige DSDS-Sieger Alexander Klafs, 40. Die Rolle des Winnetou übernehmen Neben der Premiere am 29. Juni werden bis zum 8. September 71 weitere Aufführungen stattfinden, immer donnerstags bis samstags um 15 Uhr und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr. In der vergangenen Saison waren mehr als 430.000 Zuschauer nach Bad Segeberg gekommen.